Und die Nummer 1, genau wie letzte Woche, Franky Goes to Hollywood und Rage Hard. Und ich freue mich jetzt, dass der Holly von Franky hier zu uns ins Studio gekommen ist. Holly, you award for being number one with Rage Hard. Congratulations. It's not the first one. Ihr wisst, Franky haben mit den anderen Singles immer wieder Nummer 1 hits bei uns gehabt. Und es gab auch immer wieder irgendeine Botschaft, die in den Songs rüberkam. Und mich interessiert es natürlich ganz besonders, was ist mit Rage Hard gemeint. You always got a message in your songs in Welcome to the Pleasure Dawn or Relax or Two Tribes. What do you mean with Rage Hard? Rage Hard is kind of, especially for people who are, say, unhappy or repressed or ill or not having such a good time. It means rise up against it. We have a phrase in England, don't let the bastards grind you down. And that's what it means really, rise up. Das heißt also, so viel wie wehrt euch immer dagegen, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr euch langweilt oder depressiv fühlt. Und er hat auch gerade eben einen englischen Ausdruck gebraucht. Etwa sinngemäß übersetzt heißt es, lasst die Hunde euch nicht unterkriegen. Ich hoffe, dass Sie das jetzt auch gesehen haben, wenn Sie so nett und charmant gegrüßt werden. Thanks for being here, Holly. Thank you. And I hope we see you with the next number one again in our studios.